In der ersten Anfangszeit, als ich hier gearbeitet habe, hat man eigentlich gar kein Mastering gemacht. Diese Idee kommt eigentlich aus der Rock- und Popmusik und da natürlich wie so oft aus England und den USA. Da haben wir dann nämlich irgendwann festgestellt, oh, die machen da ein Mastering. Dann haben wir dann nach und nach so verstanden, aha, das machen die, um das fertige Stereo-Master klanglich noch aufzuwerten und zu verbessern. Und dann hat man eben angefangen, mit höchstwertigen Geräten die fertigen Aufnahmen nochmal sozusagen unter die Lupe zu nehmen, um zu sehen, ob wir da nicht eine Verbesserung erreichen konnten. Und sieh da, da ließ ich eben doch noch so einiges machen. Es ist wichtig, einen Track oder ein Album mastern zu lassen, weil nach der Mischung die Aufnahme sonst noch gar nicht fertig ist. Es sind einfach zwei ganz verschiedene Prozesse in der Produktion, die einen ganz unterschiedlichen Fokus haben. Und es ist wichtig, also das Mastering ist trotzdem auch ein künstlerischer Prozess, denn alles, was ich im Mastering tue, auch wenn das kleine Eingriffe sind, sind natürlich auch ästhetisch von Bedeutung und nicht nur technisch. Und deswegen ist es immer so eine Gratwanderung. Einerseits muss man den technischen Rahmenbedingungen gerecht werden und die Lautheit muss stimmen, das muss vergleichbar sein. Aber andererseits darf man natürlich der Musik auch nicht Schaden zufügen, indem man es zu sehr komprimiert oder irgendwie übers Ziel hinausschießt. Und da muss man einfach sehr sensibel sein. Wenn ein Mix von vornherein schon total super ist, dann ist es aber auch natürlich in der Verantwortung von einem Mastering Engineer zu sagen, das ist jetzt ein gutes Produkt, da verändern wir jetzt auch nichts mehr dran. Das lassen wir so, das ist cool. Andererseits, wenn es allerdings Probleme und Optimierungsbedarf gibt, und das ist meistens so, dann ist es genau die Verantwortung von einem Mastering Engineer, das zu erkennen und das Produkt so auf ein Level zu heben, dass es eben konkurrenzfähig ist zu den anderen Produkten, die jetzt schon auf dem Markt sind. Und es ist einfach nochmal ein zusätzliches Paar professioneller Ohren, die über deinen Mix drüber hören und ihn zur Not auch noch anpassen können. Beim Mastering sind es ähnliche Gestaltungsmittel wie beim Mischen. Es gibt einmal den Frequenzgang, das heißt, wie viele Höhen mitten oder besser hat eben mein Track. Es gibt den Dynamikumfang, das heißt, wie groß ist der Unterschied von lauten Stellen zu leisen Stellen. Und dadurch eben, dass ich in der Regel alle Instrumente und Spuren schon zusammengemischt habe, sind die Eingriffe wesentlich kleiner und feiner, aber haben trotzdem eine sehr große Wirkung, weil ich eben meistens die komplette Summe bearbeite. Zum Ersten geht es mal einfach um Pegel und um Lautheit. Wir sind heute an einem Punkt, wo Lautheit sozusagen in Zahlen ausgedrückt ist. Lautheit ist ein Messverfahren, was den Lautstärke-Eindruck beim Hören wiedergeben soll. Man kann natürlich auch rein spannungsbasiert messen, da sind es nur elektrische Spannungen und irgendwann ist halt die Obergrenze erreicht. Und das bezieht aber nicht mit ein, dass wir auf Bässe und Höhen generell weniger empfindlich reagieren mit unseren Ohren. Und genau diese Bewertung, wie sie durch unser Gehirn beim Hören stattfindet, die wird eben bei dieser Lautheitsmessung nachempfunden, sodass die Zahl, die dann eben herauskommt, wesentlich besser beschreibt, wie der Lautstärke-Eindruck beim Hören tatsächlich ist. Und deswegen eben auch nicht der Begriff Lautstärke, sondern Lautheit. Mastering scheint ein ziemliches Mysterium zu sein. Viele wissen überhaupt nicht, was sie sich darunter vorstellen können. Am meisten wird man natürlich einfach gefragt, was macht ihr da eigentlich? Also ich bearbeite einfach die Stücke so, dass sie hinterher fertig zur Veröffentlichung sind. Das ist der Schritt des Masterings und deswegen ist er notwendig. Ja, es gibt einen riesigen Markt an Lautsprechern, Kopfhörern, Autolautsprecher, verschiedenste Systeme. Das Ziel von Mastering muss natürlich auch sein, dass das Programm, das da in Arbeit ist, dann schlussendlich unter unterschiedlichsten Abhörbedingungen einigermaßen eine gleiche Qualität produzieren kann. Die Voraussetzung dafür ist, dass die Lautsprecher, mit denen ich arbeite beim Mastering, dass sie natürlich ihrerseits so neutral sind wie irgend möglich. Das Wichtigste beim Mastern ist, dass wir das hören, was wir tun. Und dafür brauchen wir eine möglichst gute Abhöre. Wir haben seit einem guten Jahr die Key-3-Lautsprecher im Mastering. Bei den Key-3s war es einfach so, da haben alle gesagt, passt, da kann ich mit arbeiten. Und das hatten wir davor eben einfach noch nicht. Die müssen in einem Raum stehen, der gut funktioniert, der nicht zu trocken ist, sondern schon auch ein bisschen an eine realistische Abhörumgebung rankommt. Ja, und die Key-Lautsprecher, die wir verwenden, die sind einfach sehr neutral. Und das ist ein richtiges Werkzeug, wo man weiß, was man tut. Wir kriegen wie in den Spiegel aufgezeigt, was kommt in unserer Musik vor, was kommt nicht vor, was müssen wir noch anpassen oder was müssen wir noch bearbeiten. Vor allem auch im Bassbereich, was immer ein großes Problem ist. So kann ich einfach die bestinformiertesten Entscheidungen treffen, was meinen Master betrifft. In einem Studio hat man doch immer die Möglichkeit, über mehrere Abhören so einen Mittelweg auch zu finden. Wie klingt es da, wie klingt es da, wie klingt es da, weil ganz klar ist, jeder Lautsprecher klingt anders. Und trotzdem kann man aber beim Mastering das erreichen, dass auf möglichst vielen Abhörsystemen eine möglichst gute Qualität dessen rüberkommt, was jetzt die Musik da ausmacht. Die Sicherheit, die man da hat, dass es Leute sind, die sich tagtäglich mit der Materie auseinandersetzen, die genau wissen, was sie tun, die die Tools beherrschen. Wir haben hier das nötige Equipment, was es braucht, um gute Master zu erzeugen. Ich glaube, das Wichtigste und das Besondere bei uns sind die verschiedenen Tonmeister für die verschiedenen Genres. Weil hier ein Haufen Leute rumsitzen, die ganz schön viel Erfahrung damit haben. Und außerdem ist die Ausstattung in jeder Hinsicht, also sowohl in analog als auch in Digitaltechnik, und das Lautsprechermaterial, was hier verwendet wird, in jedem Fall hervorragend gut geeignet. Die Erfahrung, die so ein Studio bietet, da arbeiten halt Leute, die befassen sich im Speziellen mit dem einen oder anderen Genre schon über Jahre. Und die haben auch dieses Vergleichshören, also die wissen, wie andere Tracks klingen und was verlangt wird bei der Veröffentlichung im Bereich Radio oder auf diversen Plattformen. Und dieser Erfahrungsschatz, der ist also nicht zu unterschätzen. Und das ist auch nicht zu unterschätzen. Dann erinnern wir ein R pleased mit diesem, PER researchfreund, aber das ist einfach so. Vielen Dank.